LEAD ME FROM NOTHING SO TAKE IT AWAY TAKE IT AWAY AGAIN WECKEN ZEB 2.0 WECKEN ZEB 2.0 ENDER FIJER mit ner 9-10-Waffe wegklatschen UND NEBNHER IRGENWO NOCH WEISER WASN WEG SCHMEIßEN BEINNER KISTE STIMMT KAMMER WELCHE KAUFEN HAD DOES KAUFEN? AN NEINER SEITES VERTRAUN Wir haben ja Kies und so. War hier nicht noch irgendwo noch ein Waffenshop gewesen? Ach, hier oben. Und immer noch die Infinity Keys vielleicht. Aber der öffnet es. So. Er öffnet es mal wieder. Macht einfach. Haben wir alles sonst? Ja. Theoretisch. Warte, hast du ein Frost-Auskit? Ich glaube, ja. Nein, äh, Niklas. Ja, ist ein Frost-Auskit. Well. Niklas! Malte! Doppelt hält besser. Doppelzaun. Äh, Jogi, 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 Jogi. Nicht mal fünf Minuten. Zwei Minuten dreißig. Oh, Waffenshop. Äh, ich muss schon mal nex. Ich muss schon mal Fahrbahn untersetzt. Diesmal kann ich jetzt auffahren. Weil es hier nicht leckt. Wobei, da sollte Malte irgendwo mitfahren, wenn er jetzt die OP lecks hat. Wenn. Bisher hat sich noch nix getan. Alles gut. Ja, du musst mir wenigstens keine Sorgen machen, wo ich hin muss. Äh, war hier das nicht schon mit dem? Doch, hier war doch das Donaten. Oder wollten sie sich ja jetzt umklatschen erst mal? Wir wollten, äh, ich wollte erst mal, äh, klatschen. Aber nicht über die Fahrt, nicht über die Schlachterfahrt. Ja, wohl, ich hab, äh, gucken, wo ich safe langen kann. Äh, ach, wir müssen wieder hier hoch. Hey! Siehst du mal so, wenn das Auto nicht richtig steht, habt ihr keine Aussteiger an die Post-Position. Hier, friss Waffe. Was willst du? Was willst du? Das hätt ich eigentlich aufnehmen müssen, ne? Und dann kann man es immer einblenden. Was willst du? Ich glaube, ich muss jetzt das Spiel nochmal starten, dahin und dann... Was willst du? Einfach nur, damit du das Dienstleer setzen kannst. Oder als, äh, Stream-Alert, wenn jemand followt. Was willst du? Das ist echt eine gute Idee, ja. Was willst du? Aber da muss man halt, äh, Charakter-Voices und Musik ausmachen, dass man es halt clean hat. Ach, wir sollten ja auch, äh, die Quest-Waffe benutzen. Hey! Hier? Ja, die Frost-Waffe. Diese Frost-Laser-Waffe. Ach, das sind ja noch ein paar Clowns, egal. Ach, wir sind noch gar nicht im Gebiet. Upsi! Also, nix töten. Nix töten. 100 XP. Nice. Erstmal Luft an. So. Jetzt kill it. Kill it with Frost. Ach, ne, wir wollen, wir sind nicht in Warframe. Ach, die kleinen Kack-Teile hier. Gesundheit. Ach, jetzt wollen wir die, wenn sie tiefgefroren sind, mit einem Storm-Killen, okay. Oh, was? Wobei, die große Kack-Teile sind, die noch mal so gut kloppen. Äh, du musst nicht in der Bubble. Du musst nicht in der Bubble. Die Area... Die ist ja nicht abkokeln. Die Area ist ja, äh, ein bisschen weiter hinten. Die Bubble habe ich nur geöffnet, um... Äh, Dinger. Luft zu haben. Wenn es dann soweit wäre. So, und jetzt geh nah ran und hau dem Tork eins rein, damit er zerspringt. Ja, aber die müssen in die Latten-Sauerstoff-Bubble wieder. Nee. Also die Sauerstoff-Bubble ist zum Teil... Ich hab... Ich hab da hinten welche gekillt und es hat gezählt. Was heißt denn welche? Weil ich hab einen bisher... Die Torks, nicht die... Die Torks, nicht die... Nicht die Scavs. Die Torks wollen wir mit der Waffe umbringen. Also ich hab, glaub, zwei oder drei gekillt. Hier. Du siehst ja auf der Mini-Map, äh, den Bereich, ne? Ach, zwei freezen und drauf klatschen. Mit. Echt mit, echt mit Stomp? Ähm, die Waffe bugt ein bisschen. Ha! Night of Fire. Ja, aber jetzt ist das gleiche Problem wie vorher auch. So wenig Spawn-Rate. Genau. Also, wieder rein, dann geben wir die Waffen ab und kommen wieder hierher. Hört sich nach dem Plan an, oder? Hier mal, guck mal, ist hier was Weißes drinne? Nein, natürlich nicht. Nur ein grüner Raketenwerfer. Ach, dammit. Hä, hallo? Darf ich hier bitte rausspringen? Kommt dir ein Jetpack. Geht doch. Warum nicht gleich so? Friss Feuer. Au! Was hat denn so viel Schadengrad auf einen Schlag gemacht? Alles töten. Gebrochen. Okay. Das Geile ist, wenn ich meine Waffe werfe und die ist halt leer, du machst hier noch Blitzschaden. Das heißt, die Schilde gehen auch weg. Mondstein. Ja, du hast einen Mondstein gerade voll bis zu mir katapultiert. Fuck! Fuck! Warte, du warst zum Töten in deiner Nähe? Ja, die Jacks haben es schon wieder erledigt. Ha! Hab ich schon mal gesagt, dass ich Jack liebe? Dass er so ein bisschen OP ist mit seiner Ulti? Level up! Komm, den kriegst du. Ich kann ihn noch ein, zwei Klauen, dann soll die auch Level up haben. Bing! Ich hab einen Klauen. Ich find's geil, dass es oben links immer bei Level up von anderen steht. Bing! So, der Skilled dann ist dann auch 5 von 5. Oh, schade. Oh, schade. Ball auf die Bär, das ist verdammt nochmal. Ach, der liegt am Boden, nur so am Rand. Oh, wie war das noch so, ich hab das nicht bekommen, dass du am Boden lachst. Ja. So, erstmal einen Roboter Sauerstoff geben. Team Fledgert. Team Fledgert. Ich bin 61 Mondsteine, what? Ich hab die doch erst letztens herausgegeben in der letzten Session. Tja. Egal. Schnell Punkt verteilen. So. Und weiter geht. Die Welt wurde gerade um 27,5% verunstaltet? Was? Hä? Ja, die Hologramme, die haben gerade einen Spruch abgelassen. Hm, okay. So. Mondstein. Ja. Ich hab immer so krass in der Gegend rum. Ich hab, wir haben keinen Mondstein vergessen, weil die fliegen immer so krass in der Gegend rum. Ach, jetzt legst... Okay, jetzt fängt's an bei dir zu legen. Okay. Bei mir? Weil du sagst, du... Aber da hab ich die falsch verstanden. Also, fliegt oder legst, gesagt? Nee, ich hab gesagt fliegen. Ach so. Wir müssen aufpassen, weil die Mondsteine immer quer in der Gegend rumfliegen. Naja, weil, äh, keine Schwerkraft. Low gravity oder no gravity? Nee, low gravity. Putztruppe fleckenlos. Ich putztruppe fleckenlos. Das Geld ist knapp. Emily wird immer kränker und Ärztes sind im Universum Mangelware. Aber dadurch, dass ich hinter Dahls Elite-Truppen herwische, schnappe ich die heißesten Gerüchte im Camp auf. Spannender als jeder Roman. Aber irgendwer beobachtet mich. Ich spüre es. Ach, guck, jetzt mach ich mir die Arbeit, hier oben hinzukommen und dann ist hier nicht mal was. Brechheit. Ha! Kein Ninja-Looten. Oder... Äh, Quest umschalten zu den Waffen. ...wann wird kommen, wenn die Warlords und kleinen Könige und Königinnen mit Schößen aus diesem Land vertrieben werden. Äh. Wo willst du denn hin? Ich wollte Niklas folgen. Naja, das meine ich ja. Äh. Konzentrieren Sie sich. Bring genug. Autokriegst eine Belohnung. Ich hab genug, keine Sorge. Hm. Vor allem geheimer Übergabeort. Mein Freund so geheim ist der gar nicht. Hat's doch keinen. Shut up and drive. Das ist ein Lied von, äh, Rihanna. Rihanna. Ja, die Allerian Grendel kenne ich gar nicht. Rihanna. Ach, Rihanna. Ja. Ja, Rihanna kenne ich. Die drogensichtige. Die von Chris Proud geschlagen wurde. Mehrmals. Einige jüngere Mitglieder halten sich jetzt für Krieger. Weil sie Waffen besitzen, die einst dem Kammerjäger gehörten. Sie wollen es mit einer hiesigen Scav-Horde aufnehmen. Kannst du mal nach dem Rechten sehen und sicherstellen, dass es ihnen gut geht? Ich habe ihre Position auf dein Echo geladen. Jodi? Wow, Gigabits-Sacke. Ich meine... Hey, lass mein Auto ist wohl, ja? Hey, lass mal gucken, wo's hin geht. Oh. Mikrofon muted. Ja, wo wirst du denn? Da. Ach, hier schon wieder. Remember? Gesundheit. Danke. Scheiß, Fledermäuse, Fliegeviecher. Wo ist der Rockgelbassel, wenn man jemanden braucht zum Snipen? Hm. 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 Abgeschlachtet? Haben Sie etwa nur diese billigen, gespendeten Waffen getragen? Weiß doch jeder, dass die Brande schwerflos sind. Hör dich jetzt bitte nicht angegriffen. Apropos Angriff. Nimm den Banditen die Waffen wieder ab und übe blutige Rache für unsere getöteten Brüder. Moinstein, Moinstein, Moinstein. Wurden. Er ist runtergefahren. Ja, wie geht der Herr? Nein, der Fleck kam bei mir runter. Höh. What? Nein, 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 nein. Warum hat es mich da runtergeworfen? Minilek? Was war denn jetzt los? Wahrscheinlich ein Minilek. Ne. Überhaupt nicht. Hm. Gesprungen oder so? Ne, gar nicht. Hm. Seltsam. Also es läuft erstaunlich gut. Ich muss ein bisschen, manchmal kommen die Schüsse nicht so richtig an, glaube ich. Oder ich ziele daneben, das kann auch sein. Aber, no. Ist nicht so schlimm wie beim Godfrey der Gotti. Äh, Mondstein! Nein! Ich bringe ihn rein! Ja, genau! Ha, 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 ha! Nein! Nein! What are you doing? Ich... Sprungbett. Schön, die Skep-Waffen aufheben. Mondstein! Mondstein! Wow, was hat der denn für ein Raketenjump gemacht? Äh. Ah. Der Nektar der Rache. Bitter und süß zugleich. Gehre bitte mit den Waffen zu unserem Einwurfkasten zurück. Ich hab scheinmal dieses bisschen Rumpflaufe gesehen gerade. War ja auch. Weil du halt diesen scheiß Laser. Hm. Egal. Back. Back to work. Mundstein. Work, work. Ich geh da mal. Kann das denn kein anderer machen? Hab ich genau gesehen. Hab ich genau gesehen, was du da vorhattest. Nicht mit mir, mein Freund. Da oben ist noch ne Kiste, der Vogel. Heute ist wieder Niklas E-Gamer E-Looter Day. Hm. Er ist halt E-Gamer, er tut das da eh looten. Warte mal, ich glaub, du stehst auf Mondstein. Echt? Ah, ne, ist nur ne Granate. Oh, Mondstein. Mondstein ist türkis. Ja, ich weiß. Äh, sind wir grad parallel gefahren? Mh. Mh. Ach, das war jetzt ein Waffen abgehen. Das ist weiter hinten. Ich glaub, ich hab doch normale Waffen. Ach, jetzt... Ich wollte auch grad so, du, 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 du machst einen anderen Scheiß. Okay. Ähm. Auf jeden Fall wird's dir ein Auto grad zerlegt und das wird meins gewesen sein, weil es war einfach Raketen. Ja, wir hatten auch Kälten. Ja, wir hatten auch Kälten. Ich hab da mal Laser. Er hatte Laser. Kann... Kann jemand... Jemand bitte... Bitte... Jemand... Anyone? Ich hab nichts in der Nähe. Deswegen. Au. Ja, der Scavenger da hinten. Die Ratte. Mondstein. Ey. Gibt jetzt Zeug um mich rum. Kann so nix sehen. Äh, okay. Steigen sie ein. So. Ich find den Roku-Lotter aber so geil. Glaub, aber hast du nicht sogar ne... Hat nicht sogar der Schütze noch ne Cryo-Version mit dem Ding? Ja, glaub ich. Niiiiuu. Drift ins. Das ist gelogen. Ihr sagt immer, dass ich am ersten Leuten abknalle, aber das stimmt nicht. Hört aus damit. Ihr macht mich wahnsinnig. Also ich bin wahrscheinlich der Verwirrteste hier. Ich mag euch beide und ziele trotzdem auf euch. Ja, ganz bestimmt bist du der Verwirrteste. Nach mir. Ich weiß nicht mal, warum wir... Du kannst dich zu einem Auto braten, Malte. Wir machen den Weg los. Hammerjäger. Dein Instinkt wird dir sagen, auf wessen Seite du dich bei diesem Konflikt stellen sollst. Hmm. Tom, Tim oder Tum? Komm, ist der normalste Name. Ach, wie nehm Tim. Oh, wer liebt mich? Ja, Tim und Tom, mein ich ja. Watt. Watt. Was? Und du kli... Und du stealst die mir auch noch. Trotzdem, danke. Recruit, zurück zur Basis. Denke unterwegs darüber nach, was hier geschehen ist und welche Lehren man daraus ziehen kann. Hau. Ich glaube, die haben das Fahrt auch nicht gelernt. Jetzt werden sie es noch nicht mehr können. Ich habe irgendwo nur gerade Red F-Gut gelesen. Ach da. 200x Kling. So, noch zwölf Stück. Ich habe ja auch noch einen ganzen Arsch voll. Und da springt er weg, der Sack. Deine Waffen haben der Volksbefreiungsarmee Hoffnung geschenkt und werden helfen, unsere Sache in die letzten Winkel von Elpis zu tragen. Allerdings haben sie eine riesige Bande angelockt, die wiederum deine Gliedbassung in die letzten Winkel von Elpis tragen will. Sie sind bald hier. Schütze das Arsenal und dich selbst natürlich. Ach. Das war nicht geplant. Headshot. Ui. Ach. Das fährt das auch nicht. Sogar zwei. Tod und Tod. Hätten sie nicht während des alljährlichen Päknings der Volksbefreiungsarmee angegriffen, dann hätten wir unsere Männer schicken können, um dir im Kampf gegen die Mächte der schieren Hardgier zu helfen. So, hat er noch fünf weiße Waffen. Das kriegen wir doch hin. Nope, ich habe keine Waffen mehr. Ich habe zwei. Drei zu wenig. Nach drei hat es fünf zu wenig. Ja, irgendwo werden sich noch die letzten drei auch finden dürfen. Wir können hier nochmal die Questgebiet der Zwecke selbst machen. Ja, mit den Viechern. Und die richtige Waffe benutzen. Im richtigen Gebiet. Ja. Ja. Nur nicht in der Area. Vorsicht. Fahrer mit hoher Maus-Sense ist ein bisschen doof, weil er lenkt sich ja dann nicht. Oder sehr wenig halt. Nein, das ist falsch. Ja. Da fahre ich auch jedes Mal rein. Süd. Ich bin gerade in diesen kleinen Frostfluss da reingefallen. Ja, das meine ich. So, eingeparkt. So, äh. Was ist los? Machen wir jetzt weiter? Ähm, hier? Hier. Ich will ja nichts sagen, aber da ist jemand so ein bisschen fast tot. Ach was? Das ist nur eine Fleischwunde. Ich wollte gerade sagen. Ich wollte gerade sagen. Das ist nur so eine Fleischwunde. In Daxels würde ich sagen, ich bin... Wer hat den Hilf getriggert? Ich nicht. In Diablo, äh, Diablo. In Daxels würde ich sagen, ich bin full life. Top Kek. Hey, du! Die lache, ne? Könnte ich als Spanisch, ne? Ich habe noch nie die richtige Übersetzung gelesen. Also ich weiß nicht, was er sagt. Ist es ein Joke? Ja? Oder halt eine Story? Aber ich habe nie gecheckt. Oder noch nie gelesen, was er da überhaupt für einen Stoß verzählt. Es kommt, Viecher. Noch widerwärtiger. Na wunderbar. Das ist aber ganz schön widerwärtig. In die Bubbles. In die Bubbles. Jetzt war er nicht mehr gefließt. Aber wir müssen noch reintaschen, Maddahn. Obwohl, hier liegt sogar eine Ampulle rum. Hm. Warst du schon wieder mit dem Spawn? Ist das dein Ernst, ey? Warte mal, wie könnte man das nochmal aufmachen? Hier ist nichts. Könntest du denn mit aufmachen? Da unten sind, ist ein Gate mit Blitzen. Die Blitze will ich ausmachen. Wäre das eigentlich später eher? Weiß ich nicht. Ich wollte gerade gucken, ob irgendwo ein Schalter ist. Hm. Aber anscheinend später. Vielleicht. Oh, sauerstoffkritisch. Hehe. Er ist eine Bubble. Was ist denn? Geysir. Oh, wieder voll. Wohin? Äh, wieder zu. Raus? Ja, raus. Und mal Shops abklappern. Ob wir noch paar Waffen finden. Was? Da war gerade eine Legendary Waffe, die man nicht aufheben konnte. Was? Jetzt. Wait. On purpose? Warte mal. Führe uns dahin. Also es war auf jeden Fall Goldschrift und eine Waffe. Das ist genau da, wo ich davor schon hin wollte. đi. Bis dann. Bis dann.